Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem, ja, einem kleinen Vorstellungsvideo. Heute dreht sich's um das Programm ScriptMacher. ScriptMacher ist im Endeffekt sowas ähnlich wie Beacon oder wie so ein Game Mini Generator, kann man das fast schon nennen. Ihr könnt mit diesem Programm eure Game Mini überarbeiten und das ist sogar super, super einfach. Also ich werde auch zu dem Programm nochmal einzelne Videos hochladen, wo man die einzelnen Schritte genau erklärt bekommt. Es ist, wie gesagt, super einfach. ScriptMacher selber, ich habe mit dem Entwickler vor ein paar Tagen gesprochen und sein Ziel ist es halt wirklich ein super einfaches Programm, das jeder bedienen kann zu entwickeln, um die Game Mini für jeden anpassbar zu machen oder halt auch ihm Sachen zu zeigen, die er vorher nicht wusste. Also ich habe auch durch das Programm noch ein, zwei Sachen auf jeden Fall rausgefunden, die ich vorher nicht wusste. Zu dem Programm selber. Ihr könnt es auf der Seite, die ich euch verlinke, das ist die hier, könnt ihr einfach das herunterladen, das Programm. Es ist derzeit noch kostenlos. Also ihr könnt das generell immer kostenlos herunterladen, aber ihr könnt dann im Prinzip den bearbeiteten Game Mini nicht kopieren. Derzeit ist es so, dass wenn ihr das Discord von dem ScriptMacher reingeht, könnt ihr oder bekommt ihr von dem Entwickler einen Seriencode, mit dem ihr es kostenlos nutzen könnt. Wenn dieses Programm, weil das kann man auch natürlich erwähnen, aktuell ist halt noch in der Testphase, wenn dieses Programm offiziell richtig released wird, wird es so sein, dass einzelne Abschnitte jeweils 1 Euro kosten sollen. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel die Dino-Spawns bearbeiten, die könnt ihr für 1 Euro euch so gesehen freikaufen. Das Ganze soll über PayPal stattfinden, was eigentlich, denke ich mal, jeder sich irgendwie also einrichten kann. Die meisten haben ein PayPal-Konto und auch für 1 Euro, muss ich ehrlich sagen, finde ich es super einfach, also super günstig auch. Also ihr habt ein super einfaches Programm mit einem sehr, sehr guten Preis. Ich würde sagen, ich zeige euch das Programm mal ganz kurz im Groben. Wie gesagt, die Einzelvideos zu den einzelnen Abschnitten des Programms folgen dann die Tage. So, wenn wir das Programm starten, dann geht hier so ein kleines Fenster auf. Das ist im Prinzip das Programm. Hier habt ihr auch den Discord-Link, für die, die in Discord wollen. So, und dann geht ihr einfach auf die Script-Auswahl und dann habt ihr hier verschiedene Sachen. Ihr könnt den Spawn bearbeiten, in verschiedenen, ihr könnt die Loot-Crates bearbeiten, Artefakt bearbeiten, ihr könnt die in Kramme bearbeiten, ihr könnt Tiere tauschen, deaktivieren, das Zähmen von einzelnen Tieren verbieten, die Spawn-Rate von einzelnen Tieren erhöhen, wie zum Beispiel in Alu of the Island, die Resistenz und den Schaden von wilden Kreaturen und von gezähmten Kreaturen verändern, genauso wie ihr das bei den Bossen machen könnt. Geben wir mal als Beispiel, ihr wollt den Spawn bearbeiten. Klickt ihr hier drauf, dann kommt hier ein neues Fenster, was ganz kurz braucht, um die Tiere zu laden, sind hier auch ein paar. Und was ich jetzt hier super cool finde, was bei anderen Programmen nämlich nicht so ist, ist, wenn das Ganze hier geladen hat, wählt ihr hier eine Karte aus. Ihr sagt, ihr wollt jetzt zum Beispiel den Spawn von Dissenter bearbeiten. So, und dann seht ihr hier alle Spawns, die Dissenter hat. Und danach könnt ihr, sagen wir mal, weil ihr wollt Lava-Water verändern und sagt, ihr wollt jetzt zum Beispiel, das nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir wollen Jeberant-Schnecke spawnen lassen. Dann fragt ihr euch, wie hoch die Häufigkeit, die machen wir jetzt mal auf 1 und wie viel Prozent in dem Gebiet die Schnecke sein sollen. Das machen wir jetzt einfach auch mal auf 1 Prozent. So, wir drücken auf Generieren und zack, habt ihr hier den Gaming-Eintrag, den ihr einfach nur noch kopieren müsst und bei euch einfügt. Und das war's schon. Das ist wirklich super einfach und das ist bei den Loot-Crades, bei den Kramen und bei den Tieren genauso. Also ein sehr, sehr schlichtes Programm, was viele Funktionen hat. Und der Entwickler hat auch gesagt, es wird über die Zeit noch weitere dazukommen. Er macht das Ganze allein, soweit ich verstanden habe. Und es ist auch relativ viel Aufwand. Und dazu muss man sagen, finde ich es bis jetzt schon sehr gut, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und es kommen auf jeden Fall, wie gesagt, noch weitere Funktionen dazu. Er möchte im Endeffekt die komplette Game-Indie bearbeitbar machen mit diesem Programm. Und wie gesagt, es wird auch nochmal Einzelvideos von uns geben. Ich denke, kurz nach dem Release von dieser Folge wird eine Folge kommen, wo ich euch mal das Spawn bearbeiten erkläre. Deswegen bleibt dran und ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ladt euch das Programm runter, wenn ihr eine Game-Indie bearbeiten wollt. Teilt das mit euren Server-Admins vielleicht, wenn ihr da auf Servern spielt, dass sie mit diesem Programm vielleicht sogar noch ein paar coolere Sachen einfügen können. Und unterstützt damit auch den Entwickler dieses Programms. Dann würde ich sagen, Leute, bis denn. Ciao. Bis zum nächsten Mal.